So, die Stollen haben wir jetzt aufgearbeitet. Jetzt gehen sie noch mal in den Garten. Es ist schön warm. Und wie lange bleiben die Stollen dann da drin? Ja, so eine Stunde, eine halbe Stunde, das wird doch eigentlich schnell jetzt die Hefe nur wirkt und den Zeig aufgehen ist.